Die Maus hier ist auch ganz geil. Was ist denn das? Darf ich nicht sagen. Drei, zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Spanner in Berno! Die anderen sind auch wieder dabei. Ihr Mistgeburten sind auch dabei. Aha, okay. Wir freuen uns. Ihr Mistgeburten. Da, gegen auf Spanner ausgefallen ist. Die ESA-Servers sind da oben. Warum redest du mit dem Captain jetzt einfach ins Wort? Was soll denn das? Ja, das verstehe ich aber gerade auch nicht. Haben wir beide keine Items gekauft, ihr Froschmuck? Nee, wir wollen die Länge auch fair gestalten. Froschmuck. Weißt du, wo wir hingehen, ne? Bollatchen. Weißt du, wo wir hingehen, ne? Warum ist denn hier keiner? Weil wir woanders hingehen. Weil wir käsieren, Jungs. Aber die Maus ist ja mal Maxim-Level langsam. Maximal langsam. Maxim-Level langsam. Ich hoffe, dass die euch da auch nicht invaden, ne? Jetzt looten, alles klar. Wir käsieren. Ey, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Die Maus hier, die gefällt mir, diese Steel-Serious-Maus hier. Hast du eine Steel-Serious-Maus? Ich skill Q, W, Q, ne? Ich hab das letzte Mal falsch gemacht. Link in der Beschreibung. Ja, was hast du denn angefangen? Q, W, E, Q. E, W, E geskillt. Ja, meintest du nicht, dass du auf Level 2 deine Q noch nicht hattest? Wollen wir nicht hier rein? Ach so. Du hast doch WE gemacht oder so. Ne, ne, ne. So da bin ich nicht. Dann ist komisch das so. Ich bin boosted, aber so boosted. Max? Ja? Level 3 mitlein, ne? Ja. Gothic war geil, Max. Ja. Das war noch ein richtiges Let's Play. Urea war so geil. Geil. Urea war... Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Morgen, du Sack. Ja, Junge. Heiß ich Kutschkraft, aber heiß ich Kutschkraft. Halt, wie sich das verändert, dieses geige Geile Geräusche. Ja, ja, hier. Na, Exos von dem ist los, oder? Kann man eigentlich dieses Fiepen drin? Das hättest du mir callen müssen, Junge. Ja, sowas kann ich nicht callen. Ja, sag einfach, go! No F, no MF. Sag mal, kann man denn dieses Fiepen, wenn man das Fiepen, wenn man Spell nicht casten kann, weil der auf Cooldown ist, ausstellen? Das ist richtig annoying. Das ist das annoyingste. Ja, das kannst du, das kannst du ausmachen. Das kann man ausmachen, echt? Ja, äh, äh, äh. Das ist wie bei WoW damals. Ihr habt nicht genug Mana. Ihr habt nicht genug Mana. Ja, Alter. Ihr habt nicht genug Mana. Das kannst du auch ausstellen. Ihr seid doch nicht wieder bereit. Außer Reichweite. Außer Reichweite. Außerhalb Reichweite. Man, ja, ich will GameStar noch leise von dieser Random Map, dieses Seed-Stummen. Boah. Als Zwerg war auch so, das kann ich noch nicht tun. Ja, Walk of 3 wär echt. Arbeit ist vollbracht, wenn man... Krieg wieder übel aufs Maul. Boah, aber Arbeit ist vollbracht, wenn man jetzt ins Shopping-Mall gezopft hat, ne? Das versteh ich nicht. Machst du deine Wehen auf Cooldown anmacht? Keine Ahnung. Mach ich, mach ich Camp Lubav Camp oder mach ich Camp Lubav Brave? Eigentlich müsstest du mit beiden Sachen... Du kriegst als Hecker im ersten Kleer immer aufs Maul. Echt? Ja, okay. Bist du ready? Ich komm von hinten, ne? Jo. Das ist ja auch die einzige Schwäche von Hecker im ersten Kleer. Hab ich so gar nicht im Gefühl gehabt, aber... Genau, ich fand den ersten Kleer war so schnell bei dem. Ja, ja, ich auch. Der kann man super schnell. Ja, schnell, ja. Aber du verlierst natürlich. Nice. Pushst du mit durch? Fuck, ich bin da. Oh fuck. Das war dumm. Das war dumm. Ich wollte nach oben raus, weil... Wegen den Minions einfach, weil ich glaube sonst wär ich ziemlich gedroht. Ach, das hat voll Spaß mit Sola hier auf der Lane. Aber... Ich hab schon gedacht, dass der Herr Jungler kommt, weil er natürlich war. Obwohl... Max, du solltest bei Hackworm nicht mit Refillable Potion auch starten, ne? Nicht? Ne, brauchst du halt nicht. Bei Hackworm nicht. Echt? Aber das ist nämlich der Unterschied, so. Denk ich auch. Also das sind 25 AP, die ja weniger rekt. Ja, er hat. Und... Du kannst dir drei Pots im Jungle kaufen, das ist dir bewusst. Ja, aber er ist ja mit Red Buff schon verreckt, wo du eigentlich noch einen Pot über hast. Ja. Ja. Aber... Na ja. Pro Blades kaufen die halt auch? 4 Refillables. Ja, ich glaub... Ich glaub die... Aber die swappen. Oder nicht? Ich glaub die swappen nach der ersten Rotation halt, wenn sie Base sind. Achtung. Bronze, Silber und... Oh! Oh mein, was? War gemein. Das war... Das war ein bisschen gut, ey. Das war ein bisschen gut, ey. Naja, er hat auf mich drauf gehockt. Ja gut, ey. Hätte ich mal nie aufs Journey predigt oder so. Dieser Rügel, der war schon... Das war gemein, richtig. Dafür wird er leiden. Ich wünsche euch, ich werd dich rechnen. Leckere... Brause, die ich hier trinke. Moment, er hat keinen Flash. Da hab ich schon mitlanen gehört, dass da jemand keinen Flash hat. Alles klar. Ein fein Top, also MP. Die Botlane-Synergy. Alter. Ich geh geh. Ey, gehört eigentlich dir die Brause, die da gegenüber von dir aufm Tisch stand, Solar? Ich komm direkt von hier, nicht außen rum. Ich will hier meine Marken haben. Ja. You ready? Ja. Oh gut. Danke, mein alternativ. Oh la, ich hab zu früh. Egal. Ich würd sagen, wenn du wieder ignite hast, geh mal rein, oder? 20, Junge. Die hat's einmal hinter dir. Pass auf Lee wieder auf. Oh. Oh no. Oh no. Miss, miss, miss. Ja, ich hab keinen Marmel. Warte, dass der Flash nicht da ist. Er hat auch keinen Farmy. Hauptsache ein paar Autotext da drauf. Ist grad hier in der Mitte noch Summoner-Spelz? Wie kann man sich nur so hart selbst tilten, Alter? Das ist halt Selbstschädigung, die du in den Spielen hast. Oh, sorry. Hade. Ich wollte den geben, aber... ... hat auch nicht ganz so funktioniert. Alter, wenn du kurz Zeit hast, Max, guck einfach mal kurz auf die Bottle. Hören die diesen scheiß Autotext-Sound an, Mann. Das kann man sich halt echt nicht geben. Kann man sich nur so fadeln. Hahaha. Es ist irgendwie so retardig. Ja, wir müssen gar nichts machen, Solar. Ich liebe Thumbcans. Früher schon, weil es OP war, war der Geile, ne? Der ekelhafteste Champion, Mann. So fucking nice in der Reine. Wie ist denn das in der Mitte? Hat die noch Summs? Nee, nee, nee. Okay, dann machen wir jetzt Spin-ergy. Oder du musst unten aufpassen. Du hast keinen krassen Support. Oh je, hier ist ein Pinkboard. Ah, das ist eine Höhe. Keine Spin-ergy dann, ne? Wie cool ist dieser Champion eigentlich? Ich auch, macht irgendwie voll Spaß. Obwohl ich vor dem Game gar keinen Bock hatte. Ja, vor dem Game hatte ich auch nicht. Wir kommen ja gerade heute vom... Ich bin seit 7 Uhr wach. Wir haben es jetzt, wie viel? Fast 23 Uhr. Wir haben es schon wieder 7 Uhr. Und kommen halt aus dem Wald so. Und haben den ganzen Tag gedreht. Wir stinken alle richtig krass. Und schon wieder 7 Uhr. Ja, halb fünf aufstehen. Na geil. Aber es ist halt echt entspannt, so abends runde zucken. Ja, die schmeißen aber gleich an den Spreemmann so. Schlafen wir unten. Schön Lock-Modul. Ich habe echt überlegt, ob ich mich einfach durchmache so. Ja, mach halt. Kann ich auch machen. Der muss halt um halb fünf Flieger nehmen. Alter. Ich kann doch mal mitbekommen. Aber die hat schon wieder Flash. Ist egal. Er hat die Wahl halt, ne. Mehr bezahlen. Kevin, du kommst klar, oder? Ja, klar. Kann doch hier ein bisschen... Hast du dich verdrückt, oder wolltest du gar nicht? Du kommst von hinten, ne? Da wollte ich nicht hin, ne. Okay. Ja, wisst ihr, was mein Traum wäre? So ein neuer Bartskin, ey. Das wäre jetzt sexy, das Lied. Oh, nee, 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 nee. Nice. Da komm ich nicht raus. Ich habe in fünf Sekunden erst Flash. Das heißt, guck ich. Ui, ui, ui. Das war ja krass. Ich komm raus, ich komm raus. Herrlich. Ich hab den Pott nicht bekommen, Alter. Hast du meinen geilen Dodge gesehen? Ja, war halt wirklich... Das einzige Ding ist halt immer, dass ich die halt immer pushen lasse. Mit ner fremten Maus, ey. Oh, du bist doch boosted. Du bist einfach nur boosted, ey. Fuck, Junge. Alter. Du bist einfach nur richtig schlecht. Herrlich, Bluba? Ja, würde ich gerne nehmen. Rastet aus, Alter. Du bist einfach nur richtig schlecht. Sola tilt jetzt. Weißt du, ich komme aus ner unmöglichen Situation raus. Und Sola schafft es in ner unmöglichen Situation zu schauen. Aus ner unmöglichen Situation! Er hat einen Skillshot und du dodged den Skillshot. Ja, und was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ja, ich habe ihn nicht gedodged. Den Skillshot nicht gedodged, du kleines Haslon-Kind. Kleines Haslon-Kind. Ich könnte ja auch den Erdruck durchsetzen können. Und? Ich habe hier ne schöne Situation gebatet. Haben die Summoners ab? Ich seh's grad. Haben die Summoners ab? Weiß ich nicht. Ja, sag mal, weil ich kann One-V-Tune. Nein, nein, die haben keine. Ey, die Ulti sich chanit jetzt richtig schnell von Tahm Kench, ne? Ich weiß noch nicht, noch nicht gesehen. Übel sick. Danke dir. Komm mal runter, komm mal runter. Ja, aber die sind jetzt Base. Ja, aber die kommen ja eh gleich. Würde ich komm mitte oder so. Warte, ich komm mitte. Warte, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Warte auf mich dann. Warte auf mich dann. Ja, die kommen glaube ich gleich an. Wollen wir? Ja? Ja, warte ein bisschen. Klar, volle Möhre drauf. Die geht nicht zum Turret. Wenn sie hier geht, dann. Ja, ja, komm, komm, komm. Ja, mach. Okay. Hier rüber. Hier rüber. Leute, man kann's nicht benutzen. Oh, das Portal. LOL. Auch das Zeichen über euch. Kochblock. Das ist von der W. W, krass. Warum tappt ihr jetzt nicht Drake an? Was? Was für Drake? Hätte man doch jetzt machen können. Oder nicht? Du möchtest ja Time gerade verboten. Ja, gut. Aber du hast ja eh TP. Ja, aber sie auch. Hä? Oh, meine Rekord. Aber sie auch? Ja. Du raus. Fitcher? Ja? Wann hast du ihr geneit? Ich stehe. Wann kannst du nach dem Red Buff wieder kommen, ne? Ja. Die hat keinen Flash. Ich pushe die Wave. Die ist nicht immer richtig nah. Ah, die ist nicht immer richtig nah. Die ist nicht immer richtig nah. Ja, ja, double. Komm auch, ich komm auch. Ich auch. Ich will auch mal was abkriegen. Mit so lange wird hier nichts mehr. Jaaaa! Der Flash. Wo ist der hin? Ist der immer noch da? Ist der Bait Johnny? Ist das der Bait? Ja, der Stopp, der Stopp, der Stopp, der Stopp. Wollen wir unten mal was probieren, Max? Ich hab nur das hier. Wir können doch einfach hier, ne? Wenn ihr wollt. Nee, Botlane bietet sich gerade besser an. Ich mach hier ein richtig langes Portal. Der ist länger als mein, äh... Guck es. Komm her, komm her, komm her. Hier hin. Ich bait mal, ich bait mal. Ja, ich bait mal. Ja, komm. Hey, Junge, ich bin doch noch nicht da. Ja und? Das bitte? Hast du das Portal gesehen, Alter? Ja, ich... Das war kein Meter. Drei Meter. Äh, drei Stunden. Guck mal. Bait, 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 bait. Bait, bait. Bait, bait. Bait, bait. Warte, wir können auch diven hier, Olaf. Warte, was hat das denn? Das... Der haut mir einfach einen Fuß ins Gesicht. Achso, du kommst gar nicht, Max? Oh. Dann hab ich irgendwie verkackt. Aber er hat geflasht. Ich kann flash. Nee, lass das lieber nicht. Ja, dann nimm ich hier Jungle. Guck mal hier, das hier ist das Schöne an LeBlanc. Was einfach noch richtig AIDS ist. Guck mal, das hier. Das ist richtig schön. Der hat einfach dieses... Ich weiß, dass die stirbt, so. Mensch, League of Legends. Das macht doch Spaß. Ist das ein bisschen gestorben oder so? Oder lebt der noch? Der hat geflasht hier gerade. Ja, aber der war Half-Life im Bot-Side-Jungle. Wollen wir mal hier warten, Max? Der wird auch gleich seinen Jungle wählen wollen. Ich komm drauf, können wir zeigen. Oder wird der hat? Ich hab aber keine Ruhe. Ich hab aber keine Ruhe. Die machen wir eh... Wenn er von hier kommt, sehen wir ihn auch. Ja. Habt ihr noch Ruhe? Ja. Wir müssen ein bisschen Geduld beweisen, mach. Wir müssen ein bisschen Greedy. Wir werden auch einfach Mitte... Bittig Ruhe. Ich hab sie drauf. Ich hab sie drauf. Ich hab sie drauf. Keine E. Keine E. Kannste überraschen. Wollen wir mal unten versuchen? Die pushen halt bestimmt. Ah, schade. Aber ich glaub, ich krieg den Lee hier. Kann sein, dass der weg ist oder Borden geht. Ich will gut einfach... Ja, hier ist ein Team schon. Wo ist denn der Lee gegangen? Oh, der ist ja. Der wird hier gerade geworfen. Ah, Lee ist da mit 6. Kannst du Mitte kommen, irgendwie? Ja, wir können Mitte einfach wegknallen. Weiß nicht, ob das lohnt. Dann sieht die das so schnell. Die hat noch keinen Flash. Ich pushe die ja noch in der Wave. Aber ihr könnt die Wave vielleicht einnehmen. Ja, nimm du einfach die Wave. Ja. Ja. Ich hab jetzt eher auf den Freeze gehofft, wenn ich ehrlich bin, aber... Nimm einfach die Wave, heißt für mich zugeschafft. Ja, ich weiß. Das war auch das Bessere, aber... Weißt du, man hat immer so diese leiste Hoffnung. Ich hab gleich Ult ab. Ich hab jetzt Ghostblade. Ich hab ein 30 Ult. Ja, jetzt geht der Solar wieder back. Ich komm hier zu nichts. Ja, weil ich Gold hab, Junge! Ich komm hier nicht zu, ne? Ich komm jetzt hier, dann muss man. Ich komm jetzt Topland, Kevin. Alles klar. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay. Aber sie traut sich nie mehr. Ja, warum? Warte, ich hab... Ja, komm ich. Ja, komm ich. Go, go, go. Pass auf, Trash kommt auch. Trash kommt auch. Oh, Alter, Alter. Alter, er hat einfach einen neuen Main, der Junge. Alter, wie ich durchgebrettert bin. Wie so ein Ferrari, Junge. Geil. Die hat Warden, oder was hat die vor? Wollen wir rein, Kevin? Ja. Oh, Alter. Warte. MF komm mit, MF komm mit. Ja, geil. Double kill. Ulti zuerst. Ich muss erst Ult journeyen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hab sie. Nice. Er hat Flash und Ulti, aber... Der deckt hier mit Predictions und so. Feiner. Alter, Johnny. Ey, komm, die haben angefangen hier mit Trash Talk. Nein. Ja, das war nur Spaß. Go, 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 go. Ich hab ihn getrollt. War nur Spaß? Ich glaub ich, dass er Spaß war. Leute, passt auf da. Den krieg ich den Bengel. Den krieg ich den Bengel. Ja, da. Oh, tschüssi. Nee. Hast ihn? Nee. Kacke. Bin da. Geil, aber. Geil, aber. Oh, fuck. Was machst'n du? Ich kann heute gar nicht nehmen. Auf Ligo, go, go, go. Yeah, 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 yeah. Oh, sind geflasht. Da bist du dann gewesen. Noll. Ich hab mal geschwistert. Der Ultimate. Ist das süß. Ich kann das mittlerweile eventieren. MF-Frau ist Ultis raus. Schmeid. Ich nehm zwei Pots. Hier ist man zum Blue. Wir trödeln grad zu viel rum. Wollen wir ein bisschen optimieren? Echt? Find ich gar nicht. Warte, komm, ich komm. Komm! Sola! Nice. What the f- Was war das denn, Kevin? Damage. Ach, du spielst A-Pitan? Nee! Neeein! Ahr sträckige Gassen. Alter, lakhs! ...steh mir hier. Schade, ich hab aber aggro genommen. Ähm, das wär geil gewesen. Agro Berlin, Alter. Ähm. Wo, Bluba. Da, Kevin hat den Duly einfach grade gewoneshotte. Mit der Zunge. Mit meiner Zunge, Alter. Von meiner Zunge. Freizeit! Ich hätt' noch 1k. Freizeit, bitte nicht! Oh! wir reißen top ab Kevin wir haben noch keinen Tower wir können mit so easy Wollen wir mal groupen? Kevin, wollen wir mal Herald machen? ja, komm wir mal für dich natürlich hoffentlich sonst tilt die wischen auf mir? sieht so aus ne? oder die haben echt richtig Schüsse ja die trauen sie nicht, wir müssen die Objectives nehmen schön abgrasen lass mal was machen da oh nein, das steht von dem ja, ja hast du in der Fütze Ultien, Max? oder geht das auch nicht? ich kann Ulten ne, wenn du in der Cassio-Fütze bist ich glaub nicht, ne? ich hab hier Playpotential habt ihr Bock? ich hab immer Playpotential das ist halt wieder Dive ach ach bei mir war es kein Dive ja, lass ihn her komm mal er könnte er zu zweit machen nein, 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 nein was? du, du kleiner Pisskopf ja, geflasht ja, und? Ulten, Maxchen? er hat sich geultig ah ich komme komm, Junge der DPS warum macht ihr das jetzt? Ist du alles safe? Jungen, ich steifte jetzt hier. Kevin ist alles safe. Hast du dir jetzt nicht gegessen? Ich wusste nicht wo der war und ich kam nicht ran. Ich wurde CC'd, weißt? Kevin, wir machen Harold. 3 Stunden später. Als ob es wohl die neue Idee ist, jedes Mal. Warte, ich bin gleich da, Jungs. Dann wird rasiert. Will er das echt machen? Am P-Tarm ist ja komplett disgusting. Disgusting. Hä, was heißt das? Wieso, 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 hilfst du mir nicht? Hä, bist du komplett behindert? Was ist denn mit dir los? Ich hab dir komplett geholfen. Du bist weggerannt. Dann bin ich umgedreht und hab alles gemacht. Wollen wir jetzt Objectives? Oder Harold. Wir machen einfach Split-Push, Draven. Im Teamfight krieg ich ja nur aus dem Maul. Im Teamfight kannst du streichen. Hast du? Schön. Ich glaub ich war seit der 5 Minuten nicht mehr auf der Bot-Lane, Alter. Komm mal wieder runter, oder? Lola. Bitte? Du bist da ein bisschen sehr deep-cut, ne? Ich hab die ja gerade beide gekillt, Jungler. Du gehst da mit dem Pferd. Warte, hier? Hier, hier? Ich bin immer da. Ich bin da. Udi. Hast du Uli's? Ja? Können wir machen, können wir machen. Können wir machen. Ja, ne. Das war eine gute Entscheidung vom Captain. Seit wann gibt's eine Rückwärtsgang? Weiß auch nicht, so ein Pferd hat nochmal dabei keine Rückwärtsgang. Warte mal, können Pferde, ich wollte gerade sagen, Pferde können nicht rückwärtsgehen, oder? Auch die können. Nee, aber irgendein Tier kann nicht rückwärts. Die Bellen können nicht rückwärts. Nee, also irgendein Tier kann... Ach, Kängurus können nicht rückwärtsgehen. Brake machen? Na, Alexander oder Rinterstar, ich würde ihn mal holen. Oder Harold. Das stimmt auch, glaub ich, wirklich. Harold? Ja, also ich wüsste halt nicht wie, ne? Also, die könnten halt zurückkipfen, aber ich glaube, der geht nicht. Gelenk ist ja irgendwie nicht so... Alter, ihr seid so widerwärtig, ey. Ist ja widerlich, als wieder nicht, ne? Nimm den Bot-Lane-Tower mal. Hast ja gar nicht gesagt, ey. Oh, shit. Fuck. Zu früh gelachen. Komm, Drake. Sola. Wann machen wir das noch nicht? Alter, mal Arme und Max, ey. Mann! Ich würd gern den Harald noch kriegen, Max. Was mit dem Harald? Dann Uld, ich helf ihn mal. Max, lass mal Cassio abreißen. Ich mach dir jetzt Solo. Oh, Solo? Komm hier, Cassio, Max. Solo, Harry, ist aber so ne Sache. Max, Cassio. Ja, ist doch gut, jetzt. Ja, too late. Lass Harald machen, go. Hier, Lee. Harald. Lee. Sola, komm mal her. Warte, den hab ich, den hab ich, hundertprozentig. Komm mal. Lol. Hä? Schon ne gute Lache. Ah, sie hat Ghostplay aktiviert. Alter, mal raus hier. Ja, hab ich hundertprozentig. Ey, wo ist's, warum ist denn der auf einmal rechts gewesen? Das ist ja einfach mal mitte durchbuschen, Mann. Richtig schwer, die Existenz. Jetzt macht ihr Harald? Oh. Ja, Harald ist ne gute Idee. Das ist ein gutes Objective. Ey, das hätte ja heute mal callen sollen. Guter, guten Buff, weiß nicht. Ich würd sagen, guter Jungler call, sowas. Oh, oben abreißen? Ja, klar. Ja. Oh, Mitte. Oder top. Ich darf jetzt wieder Mitte alleine verteidigen, ja? Oh, die will vom richtigen getötet werden. Das find ich nett. Och nein. Ey, Mitte, Mitte, Mitte. Ich hab Ult. Komm, lass schon mal Mitte gehen. Mitte, Mitte. Ich hau die alle weg jetzt. Ich bin aufm Weg, bin aufm Weg. Oh ja, das ist gut. Kevin, machst du Ult? Ja, ich komm. Oh, buddy. Are you ready, boys? Ich bin auch aufm Weg. Ready to rumble! Alalalalalalalalalala. Fuck. Okay. Wollen wir noch rein, oder? Da bin ich. Uh! Da war die Ege aber nicht mehr da. Geil, jetzt hab ich bewusst angeschmissen. Ah, ja. Komm, wir pushen jetzt, Ballad. Ab in den Nexus. Ab in den Südöl. Ab in den Nexus. Okay, ab in den Nexus, Leute. Lass doch aufm Power gehen. Snacks, 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 Snacks. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Du was? Für die Schiebe in... Oh. Oh, hallo. Lol. What the fuck, yo. Oh, okay. Ja, da hat ich hart outplayed, so. Also, da muss man echt mal Faddles geben. Was? Ne, ich glaub, da hat sich Johnny selber selber outplayed, oder? Ja, da hat er richtig outplayed. Können wir was machen? Digga, was? Digga, was? Digga, was? Hast du ein Wad? Äh, ne. Ha, du hast ein Boosted, huckuckuck, Spaß. Komm, 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 komm. Da die haben wir... 3, Mann. Oh, das war ja ganz schön nice. Ja, was anderes kann ich auch nicht. Und so läuft immer. Dann bist du keine Hilfe. Ja, push einfach Wadline durch. Ich bin mir übrigens immer noch nicht sicher, ob der Lee mich jetzt outplayed hat. Ich hab's leider nicht... Er hat dich schon outplayed. LoL. Erst hast du dich selber outplayed, aber dann hat er's übel gut gespielt. Ich weiß nicht so. Er hat eigentlich nur deine Q getroffen. Seine Q. Wenn er die Q nicht getroffen hätte, hätte er einfach ult gewasted und wäre gestorben. Du hast dich halt zurück rübergekickt, nachdem du zurückgejumped bist. Und dann ist er mit Q. Ja, aber das hat er einfach nur geairt, glaube ich. Einfach weil er ihm einfach nur Abage geben sollte. Ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen herbstreisig. Okay, was soll ich? Ähm, freut mich nicht. Einfach. Wir knallen hier die weg. Schön. Schön. Mann ey. Oder dasselbe. Schön, die ihn mal mitnimmt ey. So richtig in Drive. Ja, ja, ja. Ein Autoskin wär geil für HKGW bei Blitzkrieg. Jo. Schöner Ferrari. Ey, so ein Bike, Alter. Hast du jetzt hier Product Placement Video oder was? Nee. Sorry. Binbildlich für ein schnelles Automobil. Oh jod. Mir egal. Bei Ford oder was? Ja, bei Ford. Das ist nur ein Meme. Ich hab übrigens grad nicht Sinn in Outplayed als... Das ist juck kein Schwein ey. Ja. No. Hat er aber recht. Ich dachte, wir sind ein Team. Da feiert man ja voll. So, wieso, wieso ran wir? Das war geil. Ah ja, mein Q hat mich getroffen. Das war richtig nice. Komm nach links, komm nach links, Captain. Das ist geile Scheiße. Aber der kann mich ja nicht töten, ne? Das ist halt richtig gut. Der fucking Frosch ey. Das war ein Frosch, Alter. Der ist nicht kaputt. Der ist ein Frosch, oder? Da haben wir. Der Frosch. Welts. Ja stimmt. Das ist kein Frosch, Alter. Das ist ein Welts. Aber, Alter, wo ein scheiß Fisch so ne Zunge hat, Alter. Das ist ein Welts. Das ist ein Welts. Das ist der Welts in der Brandung. Oh, wir haben Ultimae. 0, 18. Oh, den haben wir gefegt. Oh, den haben wir gefegt. Oh. Das war schön. Das war einfach 4k Gold. Ja, hatte ich auch. Rundlich. Ja, geh mal für den Finish, würde ich sagen. Ne, für Schweden. Botlane? Rennt über die Base zur Botlane. Das ist doch nächstes Töd. Das ist doch nächstes Töd. Ne, können wir nicht. Aber Botlane können, ne? Renne. Soon Ultimate. Ja, geh, geh. Der Scheiß. Ja, geh, geh. Ja, geh, geh. Maxima hat immer meinen Juna Teller geklaut, by the way. Geklaut? Jo, Maxima hast du Bock, den zu essen? Jo. Eigentlich so war das gar nicht. Komm, lassen wir mal rein hier. Ja, ich bin dabei. Ja, Ulti. Machst du? 3, 2, 1, go. Oh, gute Ulti. Hat dich gesissen, ey. Ulti da nicht ab. Du schaffst echt da noch die Leute zu verfehlen, ey. Du Feuern. Gib ihm Sola. Zeig mir mal, was du da aufhast. Oh, der wird aber knifflig. Oh. Oh. Einer. Einer. Ich hatte leider nichts zum Fressen, ey. Bitter. Und wer gönnt sich auch noch eine 20er KDA? Ah, keiner, weil ihr Noobs seid. Wow. Also, ne? Ja, und? Weißt du, du hast 3 Tode, du kleiner... Ich bin ja auch AD Carry. Ja, und? Und da 5 Toten ist... Du hast einfach keine Position, ey. Was ist denn denn das jetzt? Du bist ja auch ein geiles Pferd. Danke. Du musst kaum Escape. Aber Sola? Jo. Na recht. Jo. Mann! Wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht aufpasst, dann geht das ganz schnell, ey. Jo, ey. Jo, Kevin. Boop, 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 boop. Tschüss. Ich bin ja auch ein bisschen aufpasst. Ich bin ja auch ein bisschen aufpasst. Wahrscheinlich... Wer denn von mir? Der Fire Drake, das wäre auch sexy, oder? Komm, Johnny. Der ist ganz alleine. Johnny! Ja. Ja, ich hab grad gesehen, dass der Bluber vielleicht spawnen wollte, da mein Öl-Rass weiterkommen ist. Oh, ja, ja, ja. Ist auch so ein Kaspar-Kopf. Warte mal, komm mal her, Johnny. Wir machen jetzt ein Mega-Play. Ja, ich bin am Start. Hier ist die Sunrun, ne? Hast du gesehen? Ja. Bereit? Wo bist du? Hier, die, 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 die! Eh? Kevin! Ich? Ey, Johnny! Ja, ich bin am Start. Double-Kill! Oh, ich hab zu früh ge-cued. So, ich mal am Arsch lutschen, du kleine Missfortune. Oh, Johnny, jetzt bin ich gespannt. Oh, ich hab ein bisschen ge-panicked mal. Ich hab ein bisschen ge-panicked mal. Oh, geiler Flash von der Kassel. Die sagte, nice, bin in der Welt! Ey, Kevin! Warten der hier vorstehen. Ja, genau. Lass dich sein Weltskutschie. Oh, sorry, Handy. Oh, grösche. Weiße, gut, Kevin. Was machst du denn jetzt? Ey, ja, du wärst tot sonst. Ah! Ja, und jetzt rennst du wieder, weißt du? Wo renn ich denn? Ja, klar muss der Kuss oder so. Mehr kann er für dich wirklich nicht. Mehr kann ich halt echt nicht, Mann. Da bist du dann getroffen, ey. Bist du? Kannst du ein Wort stellen? Mann, ey. Ja. Erst Ultim, die Mongo, ey. Oh, da hör ich grad auf, klar. Boah, rein. Ja, rein. Komm. Zweite. Okay. Was ist denn da? Go, go, go! Ich hab einfach 5600 Gold. Voll. Drinity Force. Junge, er geht einfach an 2 Carries vorbei, um den Trash zu killen. Ey, das nennt sich Draven-Spieler. Wie er geflamen würde. Schön. Jetzt, jetzt sitzt du leider wieder miteinander. Komm zittern. Jo, war ich am Hercher. Ich hab mir wirklich vorgestellt, wie du am Schuja saß. Überhin war die Kacke. Was sagt er zu meinem Bild? War Kacke. Geeeeeee. Anik. Geeeeeee. Geeeeeee. Bis zum nächsten Mal, ihr süßen Schokorosin. Tschüssi. Bissi. Ne, ne, wir gucken noch die Damage an. Das ist immer ganz wichtig. Oh, der hat Wayne in das Spiel, ne? Vielleicht kriegen wir noch vorher...